Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Vereinten Nationen wollen ihre Friedensmission im Libanon fortsetzen, auch wenn dort derzeit Krieg herrscht und die Blauhelmsoldaten zunehmend zwischen die Fronten geraten. Der UN-Sicherheitsrat forderte die Kriegsparteien stattdessen auf, keine UN-Soldaten mehr zu beschießen. Die Situation spitzt sich zu, seit Israel im Süden des Libanon verstärkt mit Bodentruppen gegen die Terrororganisation Hezbollah vorgeht. Israelische Luftangriffe im Libanon. Man bekämpfe weiterhin Hezbollah-Stellungen, so das Militär. Doch international wächst die Kritik, auch weil Soldaten der UN-Friedenstruppe UNIFIL angegriffen wurden. Mit Absicht, sagen die Vereinten Nationen. Der Generalsekretär spricht von möglichen Kriegsverbrechen. Israel weiß das von sich. Der Vorwurf, dass Israel UNIFIL-Truppen absichtlich angegriffen hat, ist falsch. Im Gegenteil, Israel hat UNIFIL immer wieder dazu aufgefordert, sich aus der Gefahrenzone zurückzuziehen. Doch die Vereinten Nationen betonen, die Truppen werden bleiben, man habe ein UN-Mandat. Die UNIFIL-Friedenstruppen sind seit Jahrzehnten im Südlibanon stationiert, nördlich der sogenannten Blauen Linie, die Israel und den Libanon trennt. In der Region bis zum Litani-Fluss sollten rund 10.000 Blauhelme sicherstellen, dass sich die Hezbollah von dort zurückzieht. Doch das konnten die UN-Truppen nicht durchsetzen. Ihr Beobachtermandat ist begrenzt. Aktiv eingreifen dürfen sie nicht. Auch im Norden von Gaza setzt das israelische Militär die Offensive fort. Aufnahmen aus einem Rettungswagen. Man operiere gegen Hamas-Infrastruktur, so das Militär. Hunderttausende Menschen sollen aus dem nördlichen Gazastreifen fliehen. Eine Evakuierungsordnung nach der anderen führt zu massiver Zwangsvertreibung und die Menschen wollen nicht gehen. Mir haben viele gesagt, es gibt keine Garantie dafür, dass wir im Zentrum oder Süden sicherer sind. Seit dem 1. Oktober haben israelische Behörden fast keine Hilfslieferungen in den Norden von Gaza gelassen. Israelische Menschenrechtsorganisationen haben eine Befürchtung. Dass Israel im Stillen einen illegalen und schockierenden Plan umsetzt, wonach die Menschen durch Aushungern und Belagern aus der Gegend vertrieben werden, wenn das passiert, befürchten wir, dass danach israelische Siedlungen dort entstehen könnten. Angesichts der katastrophalen humanitären Lage im Gazastreifen hat die amerikanische Regierung laut jüngsten Berichten gedroht, Wenn Israel die Versorgung im Gazastreifen innerhalb der nächsten 30 Tage nicht massiv verbessere, dann hätte das Auswirkungen auch auf Waffenlieferungen. Wegen der Kämpfe im Libanon verlassen immer mehr syrische Flüchtlinge das Land. Mehr als eine Million Syrer waren wegen des Bürgerkriegs in ihrer Heimat in den Libanon gekommen. Viele fühlen sich jetzt dort aber nicht mehr sicher und kehren in ihre Heimat zurück, wo sie eine ungewisse Zukunft erwartet. Sie haben kaum Gepäck dabei, nur die Kinder auf dem Arm und die Kleidung, die sie am Körper tragen. Wegen des Krieges zwischen Israel und der Hezbollah-Miliz im Libanon sind sie hierher nach Syrien gekommen, in ein Land, das selbst am Boden liegt. Sie sagen, es gab keine andere Wahl. Im Libanon gab es um uns herum Explosionen, über uns flogen Kampfflugzeuge, Raketen schlugen ein. Wir stehen immer noch unter Schock. Ein Grenzübergang zwischen dem Libanon und Syrien, beziehungsweise das, was nach israelischen Luftangriffen noch vom Übergang übrig geblieben ist. Mehr als 270.000 Flüchtlinge sind es inzwischen, schätzen die Vereinten Nationen. Die meisten davon Syrer, die vor Jahren in den Libanon geflohen waren. Aber auch Zehntausende Libanesen überqueren die Grenze. In Syrien müssen sie sich entscheiden, wohin es geht. In den von Mahdabar Assad kontrollierten Teil, in den Nordosten zu den Kurden, die immer wieder vom türkischen Militär angegriffen werden, oder in den Nordwesten, der von teils radikal-islamistischen Aufständischen kontrolliert wird. Internationale Helfer sprechen hier von einer neuen, massiven Krise, fordern mehr Geld, mehr Mittel, um die Betroffenen zu unterstützen. Viele dieser Menschen sind auf ihrer Flucht schwer gedemütigt worden, sind etwa um Geld erpresst worden. Gleichzeitig dürfen wir die Menschen im Nordwesten Syriens nicht vergessen, die hier sowieso schon seit so vielen Jahren großes Leid erfahren. Ganz in der Nähe des UN-Hilfskonvois ein Luftangriff, hier wahrscheinlich durchgeführt von einem russischen Jet, sagen Beobachter. Russland kämpft auf der Seite des syrischen Regimes gegen Oppositionelle. Die Menschen, die aus dem Libanon hierher gekommen sind, müssen erkennen, sie sind von einem Krieg in den nächsten geflohen. In den ersten neun Monaten dieses Jahres haben deutlich weniger Menschen versucht, auf irreguläre Weise in die EU zu gelangen. Insgesamt lag deren Zahl bei insgesamt 166.000, wie die Europäische Grenzschutzagentur Frontex meldet. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum sei das ein Minus von 42 Prozent. Die stärksten Rückgänge gab es auf der westlichen Balkanroute und über das zentrale Mittelmeer. Deutlich mehr irreguläre Grenzübertritte wurden dagegen vor allem im Osten der EU, in Polen und im Baltikum festgestellt. Da will Polen jetzt gegensteuern und dafür das Recht auf Asyl zumindest vorübergehend aussetzen. Das hatte Ministerpräsident Tusk am Wochenende angekündigt. Heute hat das Kabinett über Details beraten. Die Regierung in Warschau wirft dem belarussischen Machthaber Lukaschenko vor, in organisierter Form Migranten aus Krisenregionen an Polens Ostgrenze zu bringen. Die polnisch-bielarussische Grenze gleicht einem Hochsicherheitstrakt. Dennoch schaffen es immer wieder, Flüchtlinge nach Polen zu gelangen, mit Hilfe belarussischer Grenzer, sagt Polens Ministerpräsident Tusk. Die illegale Migration werde als eine Art hybride Kriegsführung von belarussischer und damit russischer Seite eingesetzt. Dem will Tusk einen Riegel vorschieben. Es wird eine vorübergehende territoriale Aussetzung des Asylrechts geben und wir fordern die Anerkennung durch die EU dafür. Heute hat das Kabinett entschieden. Am Donnerstag geht Polen damit zum EU-Gipfel in Brüssel. Zudem droht Tusk an, seine Regierung werde den EU-Migrationspakt nicht umsetzen, wenn er der Sicherheit Polens schade. Bereits gestern äußerte sich die EU-Kommission. Eine Sprecherin bestätigte, dass die polnisch-bielarussische Grenze geschützt werden müsse. Dennoch wird der Vorschluss abgelehnt. Die EU-Staaten haben internationale und europäische Pflichten, wie den Zugang zu einem Asylverfahren zu ermöglichen. Experten sagen zudem, rechtlich gäbe es bei dem Vorstoß Polens einige Fragezeichen. Die europäischen Regeln zu Asyl und Migration, die gelten. Manche wurden erst kürzlich neu beschlossen. Also wenn ein EU-Staat davon ganz oder teilweise abweicht, wird die EU-Kommission das rechtlich prüfen. Und am Ende könnte auch der Europäische Gerichtshof da genau drauf schauen. Aber Polen ist nicht allein mit diesen Ideen. Auch andere EU-Mitglieder wollen ihr Asylrecht verschärfen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Deutschland wegen der Zurückweisung eines Syrers nach Griechenland verurteilt. Der Mann war 2018 zunächst nach Griechenland geflohen und weiter nach Deutschland gereist, um Asyl zu beantragen. Kurz nach seiner Ankunft wurde er nach Griechenland abgeschoben und dort mehr als zwei Monate in einer Polizeistation inhaftiert. Nach Auffassung der Richter hätten die deutschen Behörden sicherstellen müssen, dass der Mann in Griechenland ein angemessenes Asylverfahren erhält und keiner Misshandlung ausgesetzt ist. Deutschland muss nun 8.000 Euro Schadenersatz zahlen. Wie bewerten Jugendliche ihre persönliche Lebenslage? Und was erwarten sie von der Zukunft? Das sind zwei Themenfelder in der Shell-Jugendstudie. Das Ergebnis, junge Leute vertrauen mehrheitlich auf Staat und Demokratie. Der Optimismus überwiegt trotz zahlreicher Krisen weltweit. Dennoch gibt es regionale Unterschiede. Im Osten hat die Politikverdrossenheit unter Jugendlichen stärker zugenommen als in Westdeutschland. Befragt wurden etwa 2.500 junge Menschen. Übung bei der Jugendfeuerwehr Zinitz im Süden Brandenburgs. Viele Jugendliche engagieren sich hier. Und wie die Generation insgesamt schauen die meisten von ihnen recht optimistisch in die Zukunft, haben aber auch Sorgen und Kritik, etwa an Politikern. Es gibt auch Punkte, wo ich denen einfach nicht mehr vertraue, wo es gesagt wird, ja, wir machen das so und so. Und dann passiert einfach nichts. Und ja, ich gebe meine Stimme ab der Partei, wo ich darauf vertraue, dass sie es, wenn sie die Chance dazu haben, umsetzen würden. Man beschäftigt sich halt doch schon mit dem Thema, was passiert, weil ja Deutschland immer mehr in den Krieg mit einbezogen wird zum Thema Waffenlieferungen und sowas. Die Shell-Studie 2024 besagt, Jugendliche haben Angst vor, Krieg in Europa 81%, 2019 waren es nur 46%, Armut 67%, 2019 waren es nur 52% und Umweltverschmutzung 64%, 2019 waren das noch 71%. Ein weiteres Ergebnis der Jugendstudie? Das politische Interesse nimmt weiter zu und ganz wichtig auch in diesem Zusammenhang, das erste Mal überhaupt ist es bei Jungs und Mädchen gleich. Also bisher traditionell immer Jungs deutlich stärker politisch interessiert als Mädchen, das ist das erste Mal nicht mehr so. Das liege daran, dass die Mädchen aufgeholt haben. Insgesamt ist die große Mehrheit, drei Viertel aller Befragten, mit der Demokratie zufrieden, im Westen allerdings mehr als im Osten. Das deutsche Stromnetz ist eines der zuverlässigsten weltweit. Es geht aus einer Statistik des Branchenverbands VDE hervor. Kunden hierzulande seien im Schnitt alle drei Jahre von einer Störung betroffen. Wenn der Strom ausfalle, gäbe es dafür unterschiedliche Gründe, zum Beispiel bei Bauarbeiten beschädigte Kabel. Am frühen Abend ist die Frankfurter Buchmesse eröffnet worden. Bis Sonntag zeigen etwa 4.000 Aussteller ihre Neuheiten. Es gibt Lesungen mit mehr als 1.000 Autorinnen und Autoren. Ehrengastland ist Italien. Es präsentiert moderne und diverse Literatur in einem Pavillon. In einem kleineren Raum hingegen feiern die Messeveranstalter einen Klassiker. Gäste können hier die Italien-Faszination von Johann Wolfgang von Goethe spielerisch entschlüsseln. Das hier müssen wir auf jeden Fall öffnen. Mit Johann Wolfgang von Goethe spielerisch nach Italien reisen. In einem sogenannten Escape Room geht das während der Frankfurter Buchmesse. Gegen die Zeit gilt es, in einem geschlossenen Raum Rätsel rund um den gebürtigen Frankfurter Dichter zu lösen, der sich 1786 schreibend auf den Weg nach Italien machte. Literatur zum Erleben, auch im Pavillon des Ehrengastlandes Italien. Er präsentiert sich besonders mit Autorinnen und Autoren, die die Fragen der jungen Gesellschaft Italiens in den Mittelpunkt stellen. Was ist die Rolle der Frau? Wie geht es mir in Süditalien? Was bedeutet das, wenn ich nach Rom umziehe? Diese Themen, die wirklich in der Gesellschaft stehen, bringt Italien mit. Das finde ich toll. Wir brechen die Klischees. Bereits vor der Eröffnung hat das Gastland für Diskussionsstoff gesorgt. Italienische Autoren warfen offen ihrer rechten politischen Führung vor, regierungskritische Stimmen von der Buchmesse auszuschließen. Zum 1. Mal wird es einen eigenen Bereich für den wachsenden Markt New Adult geben. Romane für junge Erwachsene, die sich in den sozialen Medien und auch bei Events der Buchmesse intensiv über die gelesenen Geschichten austauschen. Zurück im Escape Room. Ich mochte den Einfluss Italiens richtig in Goethes Reisens. So war mir nicht so ganz so bewusst. Die verschlossene Tür öffnet sich. Das italienische Goethe-Rätsel ist gelöst. Mit einem Sieg gegen die Niederlande hat die deutsche Fußballnationalmannschaft vorzeitig das Viertelfinale der Nations League erreicht. Das Team von Julian Nagelsmann gewann mit 1 zu 0. Gleich mehrere Spieler feierten dabei in München ihren Einstand in der DFB-Elf. Debutant Jamie Leveling vom VfB Stuttgart erzielte den entscheidenden Treffer. Die Weltmeister sind noch gar nicht richtig verabschiedet worden. Da treten schon die Nachfolger auf die große Bühne. 20 Monate vor der nächsten WM ist der Generationenwechsel vollzogen. Das Turnier startet da nicht am 1. Turniertag, sondern das Turnier startet schon jetzt. Bisher ist das sehr viel besser als vor den letzten Turnieren, was wir zeigen. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat es offenbar geschafft, eine Mannschaft mit Perspektive zusammenzustellen. Denn trotz vieler Ausfälle überzeugten gerade die Youngsters gegen die Niederlande. Weil sie offenbar jedes Spiel ernst nehmen, das ist der Unterschied zu den letzten Jahren. Dann geht es schon darum, einfach versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. So wie das andere Mannschaften auch vorgemacht haben. Das hilft dir natürlich, ein gewisses Selbstverständnis zu entwickeln. Aber auch so ein nachhaltiges Speichern innerhalb der Spielerköpfe, dass sie wieder eine Gewinnermannschaft sind. Und deswegen geht es ums Gewinnen. Genau so entsteht ein rauschendes Fußballfest. Das frische, junge Gesicht der Nationalmannschaft überzeugt durch mutigen Offensivfußball. Nur ein Tor geschossen durch Jamie Leveling, aber viele Möglichkeiten gehabt. Und vor allem den Niederländern fast keine Chance gelassen. Ich finde schon, dass die Gier, die die Mannschaft aktuell verkörpert, Spiele gewinnen zu wollen, schon ein sehr, sehr großer Schritt ist. Die Next Generation hat bei aller Euphorie aber noch einen weiten Weg bis zu einem möglichen Titelgewinn 2026. Ausgewachsen können Panda-Weibchen schon mal 100 Kilogramm auf die Waage bringen. Der Nachwuchs im Berliner Zoo ist davon noch weit entfernt. Ab morgen können Besucher täglich jeweils eins der Zwillingsmädchen bestaunen. Momentan haben sie ausschließlich chinesische Namen. Bald sollen deutsche Spitznamen dazukommen. Gerne mit Berliner Bezug, so der Zoodirektor. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 16. Oktober. Hoher Luftdruck über Osteuropa, tiefer Luftdruck über dem Atlantik. Dazwischen strömt sehr milde bis warme Luft zu uns. In der Nord-Ost-Hälfte ist es in der Nacht oft klar, sonst locker bis stark bewölkt, mancherorts etwas Regen oder Niesel. V.a. im Süden und Südwesten Nebel. Am Tag ist es im Osten oft sonnig, sonst Wolken und Sonne im Wechsel. Im Südwesten länger Nebel, nur im Westen vereinzelt etwas Regen. In der Nacht 14 bis 0 Grad. Am Tag 12 Grad auf Rügen, 23 Grad im Westen und an den Alpen. Am Donnerstag im Westen mehr Wolken als Sonne hier unter Regen. Auch am Freitag viel Sonne im Osten. Im Nordwesten und Südwesten örtlich Schauer, sonst ist es meist trocken. Am Samstag ist es von der Ostsee bis nach Sachsen länger sonnig. Vom Südwesten bis in die Mitte gebietsweise Regen. Zuversicht trotz wachsender Angst vor einem Krieg in Europa. Um 22.15 Uhr berichten wir in den Tagesthemen mit Jesse Wellmer über Ängste und Hoffnungen junger Menschen. Und wir feiern ein Wiedersehen nach 80.000 Jahren mit einem Kometen vom Rande unseres Sonnensystems. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Shoutout! Tschüss! Musik Musik Wohnen Musik Brlait Musik 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 Musik